Hallo und guten Tag Leute! Wir sind hier in Luckeburg. Es ist gerade 9.06 Uhr und wir haben heute hier einen Gig und es wird wunderschön. Hallo, was geht ab hier? Hallo! Ich finde das merkwürdig. Ich habe das Gefühl, da würde schon Miriams Gitarre und Verstärker stehen. Nur Miriam ist nicht da. Sage ich nur. Hallo, ich präsentiere ihn. Ich glaube, das ist zugeschlossen. Nach epischer Love-Story-Musik machen wir jetzt einen Soundcheck. Ich muss da mal kurz. Was ist mit den In-Ears eigentlich? Ich bin mir die Wir warten, dass Alex kommt. Richtig toll, die haben schon getanzt zu Marins Musik. Das ist die ganze Band, oder? Oh, wow, schau mal, cool! Es war eine krasse Enthüllung mit den ganzen Luftballons, die im Baum gelandet sind und geplatzt sind. Ja, wunderbar! Und ich bin sehr happy, dass die Band Carlotta & The Truman Show heute spielt. Und Carlotta hat eine sagenhafte Band zusammengestellt. Sie ist ein Profi mit durch und durch. Sie schreibt doch ihr eigenes Material. Carlotta Tummen! So, hier bin ich. Vielen, vielen Dank! Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Wir eskalieren jetzt hier ein bisschen. Und es geht los mit einem Song, den ich ganz, ganz toll finde. Ain't it fun! Und dann mit einem Song! Let's go. 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 Let's go.